Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei Wetter.net. Ja, was ist das für ein warmer Start in diesem November? Statt kühlen Luftmassen wird es heute nochmal richtig warm. Ein krasser Novemberstart mit Temperaturen heute um 23 bis 24 Grad. Und wir merken es ja schon heute Morgen, es ist richtig, richtig warm. Ja, und dann gibt es ab morgen einen Temperatursturz. Aber was heißt das Temperatursturz? Sagen wir es mal so, die Temperaturen sinken etwas mehr Richtung Normalwerte. Und bitte dranbleiben, denn am Ende von diesem Wettervideo habe ich heute wieder eine Überraschung für euch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns natürlich ein Abo dalassen würdet. Doch zunächst mal der Blick auf die Frühwerte vom heutigen Montagmorgen. Und die können sich wirklich sehen lassen. Heute Morgen um 6 Uhr bereits, da wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler 19,4 Grad gemessen. Ein unglaublich warmer Start in einen Novembertag. In Baden-Baden 19,2 Grad, in Mönchengladbach 19,0 Grad, auch Köln 18,6 Grad. Ein sehr milder Morgen, da braucht man keine dicke Jacke heute früh. Und Pforzheim ebenfalls sehr warm mit dabei mit 18,3 Grad. Der Blick auf die Großwetterlagenkarte. Und wir sehen, da kommt heute sehr warme Luft hier aus Südwesteuropa zu uns geströmt. Das hatten wir ja so seit Tagen schon angekündigt. Und deswegen gibt es heute den Wärmehöhepunkt. Bereits am Wochenende gab es ja Temperaturen bis zu 20 Grad. Aber hier kommt die Abkühlung. Hier kommt ein Tief mit einer Kaltfront. Und deswegen wird es morgen teilweise über 10 Grad kühler sein. Doch bis es soweit ist, erstmal der Blick auf den heutigen Montag. Und wir sehen, es gibt zwar viele Wolken, nur selten etwas Sonnenschein. Aber die Temperaturen, die steigen an hier im Westen und Südwesten auf 22 bis 23 Grad. Lokal sind auch bis zu 24 Grad drin. Und das sind dann wirklich Rekordtemperaturen. Da werden heute einige Rekorde gebrochen werden. Und auch im Osten, da muss man nicht frieren. Richtung Berlin heute knapp 20 Grad. Auch im Norden nach Hamburg hin Temperaturen bis zu 19 Grad. Überall hat uns heute diese ungewöhnliche Wärme fest im Griff. Aber trotzdem, wie gesagt, viele Wolken. Stellenweise auch mal ein bisschen Regen nach Westen hin. Und teilweise auch Dunst- oder Hochnebel. Und gerade dieser Dunst- oder Hochnebel, der wird uns auch in den kommenden Tagen weiter beschäftigen. Denn wir bekommen dann ein Hoch. Und dieses Hoch, das bringt uns wie eben typisch für November oftmals Hochnebel und auch Dunst. Und damit der Blick auf den morgigen Dienstag. Und wir sehen, es wird deutlich kühler. Ein Temperatursturz von teilweise über 10 Grad. Morgen noch maximal Temperaturen um 9 Grad am Alpenrand. Und bis zu 14 Grad im Osten Deutschlands. Also deutlich frischer als heute. Aber hier und da scheint teilweise auch mal die Sonne. Doch wie bereits gesagt, es gibt auch oftmals Hochnebel, Dunst, Bodennebel. Es wird nun das typische Novemberwetter geben. Oben meist blau, unten grau. Das nennt man ja auch eine Inversionswetterlage. Und auch der Mittwoch geht ähnlich weiter. Temperaturen am Tag 7 bis 11 Grad. Viele Wolken, Dunst, Hochnebel. Aber stellenweise auch mal Sonnenschein. Vor allen Dingen in den Hochlagen kann die Sonne sich durchsetzen. Und auch am Donnerstag gibt es nichts Neues beim Wetter. Bei Dauernebel gerade mal 7 bis 10 Grad. Bei Sonnenschein sind auch mal 11, 12, vielleicht auch mal knapp 13 Grad möglich. Und auch der Freitag bringt keine Änderung an der Wetterlage. Punktuell mal ein bisschen Sonnenschein. Vor allen Dingen in den Hochlagen hier Richtung Schwarzwald. Da kann es richtig schön sonnig sein. Aber in den tiefen Lagen, vor allen Dingen in den Flusslagen entlang der Donau, da hält sich auch mal den ganzen Tag zäher Nebel. Und die Temperaturen erreichen 8 bis 13 Grad am Freitag. Das Ganze eben je nach Sonnenscheindauer. Der Blick auf das Wochenende und es wird schon wieder wärmer. Aus Westen steigen die Temperaturen an. Teilweise auf 13, 14 Grad, aber auch sonst 9 bis teilweise 13 Grad Richtung Ostdeutschland. Es kommt ein bisschen Wind auf. Die Wolken, die Dunstglocke, die lockert mal etwas auf. Und das heißt, hier und da kann die Sonne scheinen. Und auch der Sonntag wird sehr warm ausfallen. Die Temperaturen dann wahrscheinlich hier im Südwesten schon wieder bis zu 15 Grad. Aber auch im Rest des Landes 11 bis 13, teilweise 14 Grad. Also wie gesagt, eine sehr, sehr ungewöhnliche Wärme. Noch der Blick in die nächste Wetterwoche hinein. Und wir sehen, da ändert sich relativ wenig. Dieser hohe Luftdruck bleibt erhalten. Weiterhin oben blau, unten meist grau. Unten oftmals Hochnebel und Dunst. Und je nach Sonnenschein 9 bis 16 Grad am Montag, am Dienstag 10 bis 14 Grad und am Mittwoch 9 bis 15 Grad. Bei Dauernebel die tieferen Werte und bei viel Sonnenschein die höheren Werte. Und das ist natürlich für November weiterhin viel zu warm. Und es fällt relativ wenig Niederschlag. Hier mal die Regensummen bis zum 11. November. Und wir sehen, da fällt verbreitet gerade mal noch 5 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Vielleicht mal ein bisschen mehr Richtung Alpenrand. Aber sonst ist es doch wirklich relativ spärlich. Und der Blick auf die Ensemble-Vorsage für den Westen Deutschlands bis zum 17. Oktober. Und wir sehen für alle Winterfreunde leider keinen Kaltlufteinbruch in Sicht. Kein kaltes Wetter, kein erster Schnee. Auch nicht in den höheren Lagen. Ganz im Gegenteil. Nach dieser kurzen Talsohle wird es zum nächsten Wochenende in 1500 Metern Höhe schon wieder sehr warm. Und diese Wärme hält sich eigentlich bis zum 17. November. Da liegen die Temperaturen in 1500 Metern Höhe durchweg hier über dem Klimamittel. Da ist erstmal überhaupt keine Abkühlung in Sicht. Und wir sehen auch relativ wenig Niederschlag. Bis zum 17. November gibt es kaum Niederschlagssignale. Das heißt, es geht im Westen Deutschlands vielfach trocken weiter. Und auch im Süden Deutschlands sieht es nicht wirklich anders aus. Auch hier kommt nach dem Temperaturrückgang leicht unter das Klimamittel ein Temperaturanstieg in 1500 Metern Höhe. Und der hält wirklich durch bis zum 17. November. Also auch hier ist kein Wintereinbruch bis nach Monatsmitte in Sicht. Und auch im Süden gilt zunächst ein bisschen Wasserniederschlag in den kommenden Stunden. Danach bleibt es aber überwiegend trocken. Und es gibt kaum noch nennenswerte Niederschläge. Ja, das war es auch schon vom Wetter hier bei Wetter.net. Aber ich habe euch ja versprochen, ich habe noch eine Überraschung. Und wir haben wieder ein Gewinnspiel. Diesmal mit dem Hersteller von Wetterstationen von TFA, Dostmann GmbH. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir 10 von solchen Wetterstationen. Die zeige ich euch hier mal. Heute nur mal das Paket. Und wir haben einen Gewinnspielpost auf Facebook vorbereitet. Den Link dazu, den gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Und diesen Facebookpost müsst ihr einmal kommentieren. Also einen Daumen nach oben da lassen. Und dann einfach auch mal kommentieren, welches spezielle Feature ihr euch für so eine Wetterstation wünscht. Aus der Temperaturmessung, welchen Parameter muss eurer Meinung nach so eine Wetterstation eigentlich noch messen können. Ja, und unter allen Personen, die geliked und auch kommentiert haben, da wählen wir 10 Gewinner aus. Die werden also ausgelost. Und ja, der Gewinner wird dann oder die Gewinner werden dann später bekannt gegeben. Schaut doch einfach auch mal auf der Facebook-Seite von TFA vorbei. Es gibt da auch viele Produkte rund ums Wetter, ebenso auf der Homepage von TFA. Und am Mittwoch, da packe ich dann dieses Paket mal aus. Und dann gucken wir uns mal an, was es da genau zu gewinnen gibt. Ja, und das war's auch schon vom Wetter hier bei Wetter.net. Wie gesagt, lasst gerne auch uns ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne noch einen schönen, warmen Start in diesem November 2020. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.